Was ist jetzt? Eins, zwei, drei. Hey, hier sind wieder Frieda und Romy. Heute ist Tag zwei im Naturfilmcamp auf dem DARS. Wir sind heute Morgen eigentlich alle relativ früh aufgestanden und sind dann zum neuen Fahrradverleih gegangen und haben dort unsere Fahrräder ausgeliehen. Danach haben wir uns mit den Bestandteilen eines Drehbuchs beschäftigt und dann selbst in den Gruppen das Drehbuch zu unserem Film geschrieben. Und anschließend haben wir zur Mittagszeit unsere Lunchpakete gegessen, die wir uns heute Morgen geschmiert haben. Danach haben wir das Storyboard zu unseren Drehbüchern geschrieben. Und heute war eigentlich relativ gutes Wetter, die Sonne hat geschienen, es war gut warm, sodass wir uns halt raussetzen konnten und größtenteils draußen die Aufgaben gemacht haben. Und ja. Ja, also unser Team fängt heute noch an zu drehen vielleicht. Beim anderen Team wissen wir es nicht. Ja, lass mich überraschen, bis Freitag. Freitag werden wir es ja sehen. Ja, das war nur Tag zwei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.